Fangen wir da mal rein, Leute, let's go. Was hat Leon Maché jetzt schon wieder für eine Scheiße gebaut? Locker, Rack, du Prank. Ich pranke heute mal Locker. Einfach Locker-Prank. Digga, ist ja was ganz Neues, was Locker heute mal geprankt hat. Das kennen wir noch gar nicht. Wie? Mit einem Eimer eiskalten Wasser. Ich halte ihn an der Decke und ich werde ihn gleich natürlich anrufen und er wird kommen. Hoffentlich. Und ich will sagen... Natürlich wird er kommen, Alter. Ist ja abgesprochen. Ja, ich will den Locker-Hilfe, weil ich gar nicht einmal nicht mehr halten. Ähm, da ist ein Lekt, blablabla, weg, weglaufen. Und er muss den Eimer so lange halten, bis der vielleicht hoffentlich auf seinen Kopf fällt. Was für eine dämliche Idee, Alter. Was für eine dämliche und dumme Idee. Ich kann nicht voll mitmachen, Bro. Das ist das Video von Mimi. Also Locker klingelt unten. Leon macht ihm von oben die Tür auf, rennt dann zu dem Eimer und hält ihn hoch, bis Locker kommt. Dann kommt Locker endlich an, übernimmt das Gas und hält den Eimer so lange, bis er keine Kraft mehr hat und zusammenklappt. Das ist im Groben der Prank. Okay. Als könnte man diesen Eimer nicht einfach abstellen. Jetzt erstmal die Sachen, die ich seltsam finde. Als Locker in Leons Wohnung reinkommt, sagt Leon folgendes. Leon sagt Locker, dass er die Jacke ausziehen soll, obwohl er zu Hause Straßenschuhe trägt. Okay. Ey, und Leon, woher weißt du eigentlich, dass Locker eine Jacke trägt, die er noch nicht ausgezogen hat, obwohl du ihn in dem Moment noch gar nicht gesehen hast? Ausgesicht, Digga. Zieh mal den Eimer auf. Digga, es ist schon wieder, es ist schon wieder so unglaublich dumm, Alter. Es ist einfach schon wieder so unglaublich dumm, was hier gerade wieder passiert, ne? Ja, meine. Oder habt ihr den Text schon vorher abgesprochen? Naja, egal. Schauen wir erstmal weiter. Der Wassereimer ist ja bis hier gefüllt. Wenn man sich an den Riffelungen orientiert, entspricht das ungefähr dieser Füllhöhe. Okay, da ist der Eimer leer. Der Eimer ist leer. Ich finde es schon beeindruckend, wie Leon zuerst mit dem Eimer struggelt, aber mit welcher Leichtigkeit er diesen Eimer nach dem Videoschnitt über sich hebt. Jetzt hier. Ist ja ein Schnitt drin. Ist ja, ist ja, ist ja saudumm. Und der Eimer macht vor dem Videoschnitt noch laute Wassergeräusche, nach dem Schnitt aber nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass es zu schwer ist. Und auch beeindruckend, wie Locker es schafft, auf 10 Spitzen zu balancieren, während er diesen schweren Wassereimer nur mit den Daumen... Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Das ist... Ey, wie geht man mit sowas um? Wie geht man... Wie geht man mit sowas um, Alter? Das ist einfach nur... Einfach nur unglaublich peinlich. Das ist einfach nur unglaublich peinlich für die verfickte Menschheit, Mann. Wirklich. ... und mit dem kleinen Finger ausbalanciert, obwohl Leon vor dem Videoschnitt selber noch voll die Probleme damit hatte. Für die Nix-Checker unter euch, er hat Wasser abgegossen, das dann aber rausgeschnitten. Also im Klartext. Locke ist vor der Haustür, Leon macht auf. Locke rennt für Leon hoch. Leon will das Ding hochheben, kriegt es aber nicht hin. Die pausieren, Locke wartet im Treppenhaus, denn Leon muss doch mal runter, um Wasser abzuschütten. Dann steckt er wieder auf den Hocker und gibt Locke das Zeichen, reinzukommen, indem er ihn ruft. What the fuck? What the actual fuck, Alter? Wie kann so etwas so schlecht sein? Vor allem, wie kann das den Leuten nicht auffallen? Jetzt kann er reinkommen. Digga, muss ich Feuer machen, ich kann das nicht mehr heißen, Digga. Dann übernimmt Locke eben und kracht zusammen. Ist das wack. Ist das... Digga, also allein, dass der diesen Eimer nicht einfach langsam abfällt und sagt, Bro, ich kann nicht mehr. Dass der den so auf sich fallen lässt, das ist ja die unmenschste, dümmste Reaktion überhaupt. Wenn Locke zusammenbricht, kommt zwar noch Wasser aus dem Eimer, aber schauen wir mal, wie viel und wie nass Locke davon wird. Gar nichts. Ja, hier ein paar Spritze. Und hier dann der große Splash. Natürlich. Okay, der tiefste Punkt von Locke's Fresse ist ungefähr hier. Und in dem Moment, wo das Wasser den höchsten Punkt erreicht hat, war das Gesicht sogar noch weiter oben. Und sein Gesicht ist komplett nass, oder wahrscheinlich, Alter? Ihr könnt ja jetzt schon mal nach Gefühl einschätzen, wie nass sein Gesicht geworden sein kann. In der Zwischenzeit schaltet die Kamera auf Leon, wie er sich im Treppenhaus abfeiert. Junge. Du Arsch. Genau, genau. Locke wurde zwischenzeitlich nämlich in Leons Badezimmer von einem LKW überfahren, Alter. Und der ist durch eine Pfütze mitgeschliffen worden. Junge, 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 WTF. Ja genau, Locke tropft von seiner gesamten Fresse und von seinen Armen. Und guckt auch mal, wie durchnässt sein Pullover ist. Und dann zieht er seinen Pulli aus und ist komplett obenrum nass, obwohl die paar Spritzer nicht mal an diese nassen Stellen gingen. Oh, Junge, Junge, Junge. Locke hat sich einfach am Waschbecken richtig nass gemacht, damit das so krass im Video aussieht. Aber jetzt kommt's. Dieses Video hier ist in der sogenannten Praktikumswoche von Locke erschienen. Und am gleichen Tag haben die das Umstyling gedreht. Oh nein, Digga. Wir machen ein bisschen deine Haare. Hält ein komplettes Auto. Da ist der gleiche Tag. Es trägt Leon auch von oben bis unten die gleichen Klamotten. Aber Locke nicht. Das ist ein anderer Pullover und auch eine andere Hose. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Warum hatte Locke Wechselsachen dabei, obwohl er doch gar nicht wusste, dass Leon ihn prankt? Weil das Leons Klamotten sind. Das ist ein typisches Leon, also Leon Machère Outfit hier. Das sind Sachen von Leon Machère, die Leon ihm gegeben hat. Das ist nicht von Locke. Das ist klar. Ja, weil Leon mal wieder seine Zuschauer verarscht. Hey, vor allem, wie kann man die ganze Zeit diesen gleichen Typen pranken, Alter? Jedes Mal, wenn ich Locke wäre, Junge, wenn Leon Machère mich anrufen würde, ich würde sagen, verpiss dich, du Kachbar, lass mich in Ruhe. Du hast mich jetzt die letzten 20 Male verarscht. Am 21. Mal wird es nicht funktionieren. Diese arme Locke, dieser arme Locke, der muss wirklich enddumm sein. Okay, in dem Prank werden Lockes Haare ohne sein Wissen blond gefärbt und er rastet darauf hinaus. Das merkt man nicht, das merkt man nicht. Ich mache das jedes Mal. Man sitzt nicht drei Stunden beim Friseur und lässt sich die Haare färben. Man merkt das nicht, Leute. Man merkt das nicht. Das merkt man nicht. Das Ganze geht sofort starten. Leon ist bereits beim Friseur, stellt da die Kamera auf, verpisst sich dann wieder und dann kommt Locke mit Cero zum Friseur. Hier die Schlüssel-Szenen. Heute bin ich hier mit einem guten Kumpel. Ähm, es war Friseur. Was denn jetzt, wir pranken jetzt beide Locke? Weil Cero, ein Kollege, jetzt Locke abholt und hierher bringt, weil er weiß, okay, hier ist ein cooler Friseur, bla bla. Locke muss ja seine Haare... Locke muss seine Haare selbst schneiden. ... Haare schneiden müssen, weil er hat ja ein bisschen länger Dominier zu bekommen. Ali wird jetzt natürlich sagen, ähm, Locke, wer hat seine Haare schneiden? Locke, du hast deine Haare, du musst deine Haare ein bisschen färben. Bisschen braun, oder? Bisschen. Wir werden natürlich nicht braun machen, wir werden natürlich fullblut machen. Wir werden dann noch seine Haare im Blut färben, Ali. L1 plus plus. Cero muss auf jeden Fall gleich die Leute kommen, da hinten habe ich irgendeine Kamera aufgesteckt. Ich bin das gleich... Kalle Lami, danke schön für den Zapf. Okay, bevor es weitergeht, schauen wir in den Hintergrund auf die Uhrzeit. Es ist 8.11 Uhr. Oh nein, Digga, dass Leon noch immer wieder Uhren als Zeitangabe im Hintergrund hat, um es einfacher zu zerlegen. Macht ihr das mit der Absicht, Digga? War das alles von langer Hand geplant? Ist Leon Mascheea vielleicht ein Genie? I doubt it, Digga, I doubt it. Ich glaube, der Kerl ist dumm wie Brot. Das merken wir uns für später und jetzt gucken wir weiter. Okay, hier sehen wir den ersten Kamerawinkel. Das ist von der Kamera, die im Hinterzimmer versteckt wurde, wie im Intro erwähnt. Dieser arme Locke, Alter. Der muss eine Psychose haben, Digga, der muss eine Psychose haben, Junge, des Todes. Okay, und das hier ist der zweite Kamerawinkel. Aber wie wurde die Kamera eigentlich platziert? Schauen wir uns nochmal an, wo die beiden reingekommen sind. Steht die Kamera ja da oder da? Also direkt auf dem Tisch. Das musst du ja sehen, Digga, das musst du ja sehen. Sero hat die Kamera einfach in der Hand. Der ist so reingekommen, hat sich hingesetzt und hat angefangen zu filmen. Direkt neben Locke, ohne dass der was davon mitbekommen. Und wahrscheinlich hat Sero sogar noch die ganze Zeit auf den Kamerabildschirm geguckt, um immer zu kontrollieren, dass Locke schön mittig zu sehen ist. Aber Locke sieht die Kamera nicht mal, obwohl er sogar zu Sero rüberschaut. Nein, Locke sieht die Kamera nicht mal. Locke, der, der, der... Ich hab dafür keine Erklärung. Entweder ist der krank dumm oder das Video ist fake. Ich glaub, Locke ist einfach nur dumm. Leon Machère würde sich anlügen, Leute. Kleine Färbung. Ganz ehrlich, ne? Ich werd das nicht mittig, hab ich ein bisschen mehr gern. Sweet 18, Locke. Da würdest du wieder fahren. Ah, Frauen aufreißen. Stopp! Schauen wir uns mal die Uhrzeit an. Oh, Junge. Es ist 8.16 Uhr. Das heißt, zwischen dem Anfang und hier sind nur 5 Minuten vergangen. Die haben hier richtig entspannt das Intro gedreht, obwohl Locke jederzeit hätte reinplatzen können, weil der Friseur-Termin ja offensichtlich um diese Uhrzeit mit Locke ausgemacht wurde und Leon den Laden ja verlassen muss, bevor Locke reinkommt. Aber nicht nur das macht es so verdammt unglaubwürdig, sondern Leute, innerhalb von 5 Minuten haben die nicht nur das Intro gefilmt, sondern es wurde auch auf die beiden gewartet. Es wurde sich begrüßt, die haben sich platziert, es wurde gelabert und die haben schon angefangen, Locke die Haare zu schneiden. Das ist doch nicht real. Dann vergehen nochmal 30 Sekunden im Video, wo Haufenschnitte drin sind und dann sieht man erst, dass es gerade mal 8.16 Uhr ist. Ja, wahrscheinlich. Euch ist hoffentlich klar, dass Cero und Locke einfach draußen gewartet haben, bis Leons Intro... Haben die nicht! Nein, sag sowas nicht! ...aber fertig war. Dann sind die direkt danach rein, haben sich hingesetzt, Zeit gespart und schön das Video durchgehämmert. Nein, 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 Leon hat, äh, Locke hat Leon noch draußen gesehen und meinte so, moin Leon, schön, dass du auch hier bist und sich da nichts dabei gedacht ist, einfach reingelaufen und dachte so, okay, das passt schon, der wird mich sicherlich nicht pranken, weil Locke ist, wie gesagt, nicht der intelligenteste. Es dauert aber nicht, dass du hier schwimmen, ne? Ich will nicht, aber ich hab was Schnelles. Ja, war nicht so gut. Ja, war nicht so gut. Dann laut Video, angeblich 6 Minuten später. Oh, sag nicht, man sieht schon wieder eine Uhr. Was machst du denn hier? Willst du mich einfach pranken, Alter? Prank mich nicht. Ich will Locke. Ich werde dich gern geprankt. Trottel, Alter. Stopp, wir schauen uns noch mal die Zeit an. Wenn es 6 Minuten später gewesen wäre, müsste es ja mindestens 8.22 Uhr sein. Die Minute 20 wurde aber nicht annähernd erreicht. Leon ist einfach direkt reingekommen und die haben dann einfach geschrieben, dass es 6 Minuten später sei. Die haben das, wie gesagt, hintereinander weggedreht und haben dann so getan, als ob Zeit vergangen wäre. Okay, danach werden Lockes Haare eben gefärbt. Aber danach wird es interessant. Bei Minute 3.26 füllt der Friseur Lockes Haare. Locke hat sicherlich nicht den Spiegel. Der Spiegel ist ja auch auf. Der kann ja einfach in den Spiegel gucken und sieht, dass er Haare gefärbt wird. Ja, Locke, schau doch in den scheiß Spiegel. Alter, Digga. Wenn ich beim Friseur sitze, was mache ich da? Ich schaue die ganze Zeit in den Spiegel auf mein Handy und trinke mein Cappuccino. Verdammte Scheiße, Alter. Was auch sonst, Junge? Also, Leute, ich glaube einfach, Locke ist wirklich ziemlich, ziemlich dumm. Vielleicht ist er sogar behindert dumm. Ich weiß es nicht. Digga, vielleicht, vielleicht, Leute, ist Locke einfach nur ziemlich, ziemlich dumm und Leo Machère ist ein ehrlicher Bube. Ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es nicht. Locke sagt, was fönst du da rum die ganze Zeit, obwohl zu dem Zeitpunkt gar keiner mehr geföhnt hat? Der Friseur steht draußen und hat sich was zu essen geholt. Ey, das ist doch nicht real, Mann. Das ist doch, das ist doch nicht real, Alter. Leute, Locke, ich glaube, Locke wohnt mit, Locke lebt einfach so paralleluniversungsmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Der arme Typ lebt in so einem verfickten Paralleluniversum. Kommt da nicht raus. Der kommt da nicht raus. Locke hatte den Coronavirus vor uns allen, Alter. Locke hat ein ganz, ganz, ganz verschworenes Zeitraumgefühl, Alter. Locke kriegt nicht mit, wenn 20 Minuten vergangen sind. Locke ist ein richtig armer Sack. Locke ist ein richtig armer Kerl. Der wohnt, der wohnt, der wohnt komplett woanders, Mann. Leon hat auch nichts in den Händen und der Föhn steckt schon längst dort. Ja, ja. Locke hat, ähm, Locke ist aufgewacht. Locke hat mittendrin, glaube ich, irgendwie einen Schlaganfall oder sowas. Leute, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass er das gesagt hat. Das ist einfach nur ein studiertes Gelaber. Aber war gut geschauspieler. Muss man ihm lassen. Hat er gut gemacht. Bei 4 Minuten 6 sieht man, wie der Friseur wieder reinkommt. Merkt euch, wie viel Essen noch übrig geblieben ist. Dann rastet Locke aus und bei 4 Minuten 41 ist der Friseur fast fertig mit Essen. Bei Minute 4, 47 ist der Friseur dann sein letztes Stück. Okay, merken wir uns das mal für nachher. Dann laut Leons Video 3 Minuten später löst er den Prank auf. Alter, so lustig. Das war so lustig. Das war ein Prank, weil Locke hatte nicht verstanden, dass seine Haare gefärbt worden sind. Der hat das nicht gerafft. Der hat nicht gerafft, der hat nicht gerafft, dass es ein Prank war. Er dachte, das wäre Teil der normalen Friseursbehandlung. Locke ist wie gesagt echt lost. Locke ist wirklich... Okay, halten wir kurz fest. Locke erfährt erst jetzt, dass er gefilmt wird, obwohl er in einem Friseursalon ist, wo wie üblich viele Spiegel und damit auch etliche Spiegelungen sind. Cero neben ihm filmt und Leon selber ab und zu richtig nah an die Fresse rangeht. Wo ist schon die Flitter? Äh... Man sieht einfach, wie die die Kameras nicht mal versteckt hat. Ja, aber Locke dachte sich so mäßig Umstylung... Äh... Umstyligen so... Äh... Alter, ich würde so gerne ein Video mit Locke drehen. So, so... Aufklärungsmäßig so. Ich setze mich mit Locke auf eine Couch und erzähle, was Leon Mascherin alles angetan hat. Findet man Locke irgendwo, Leute? Ich würde den gerne einladen zu mir. Aber Locke kriegt nie was davon mit. Er denkt nicht mal, dass es ein Prank ist, als er sieht, dass er blonde Haare hat, obwohl Leon in... Jaja, weil er denkt, das gehört zur Friseurbehandlung dazu. Natürlich. ...im Salon aufgetaucht ist, ohne dass Locke davon wusste. Locke kann sich das nicht denken. Locke... Der Arme, Alter. Wirklich, der Arme. Eigentlich echt asozial, dass Leon das mit so einem Typen abzieht. Was hat er denn gesagt? Was hat er denn... Ey! Was hat er denn... Sicher? Was ist das so? Digga, hat Leon mir die falsche Farbe gegeben? Was ist die da auch in den Schuhen? Was ist das so? Was hat er gemacht? Digga, hast du mir die falsche Farbe gegeben? Wie ich dachte? Also nochmal, Locke hat hier erst von dem Prank und von der Kamera erfahren, okay? Schauen wir uns das mal weiter an. Okay. Was geht auf? Ist das mal ein Prank? Nein. Er wurde geprankt. Er wurde... Oh, Gott, Alter. Mann, Junge. Er wurde geprankt. Der Arme, der hat sich gerafft. Oh, Mann. Mann, Alter. Ey. Kranker Plot bist du... Das... Das überrascht mich jetzt. Da bin ich jetzt aber... Locker, Alter. Oh, das ist... Prank. Ich spanne die Prank. Ey, okay, okay, okay. Okay, okay, Locke. Chill mal, chill mal. Locker läuft erst mal fünf Minuten hinterher. Zwei Meter. Kann nicht mehr. Chill mal, Bruder. Chill mal. Wo ist der Pissfüßler? Pissfüßler. Ey, fuck, warte mal ganz kurz. Ali, wie lange hält das? Ich glaube, das hält komplett. Das muss rauswachsen, ne? Ja. Okay, passt. Ali, Alter. Das ist ja Ehre weggenommen. Pass auf, Leute. Ali hat plötzlich wieder Essen und es ist hell draußen. Warum? Weil die diese Szene viel früher... Weil fucking Leon Mascher der Zeit reisen kann. Jetzt hör auf damit, Emi. Der lügt uns nicht an, Mann. Scheiße, Alter. ...gedreht haben, da wo es noch hell war und Ali noch was zu essen hatte. Und nach der Helligkeit und nach der Größe des Sandwiches zufolge war das, bevor Locke in den Spiegel geguckt hat. Leon filmt also vor dem Laden, bei dem so riesige Fenster sind und Locke sieht die Kamera nicht. Zum einen ist das der größte Bullshit, dass Locke das nicht gesehen hat. Und zum anderen ist es der größte Bullshit, weil Leon hier ja überhaupt das Risiko eingeht, mit der Kamera gesehen zu werden, bevor überhaupt der Prank passiert. Aber ich glaube nicht, dass Leons Videos gestellt sind, weil... Er ist der Prankmaster of Germany und drumherum. Hey, Red, wie hast du Leon eigentlich kennengelernt? Ich hab Leon kennengelernt, das erste Mal über ein Ficken. Bitte was? Ficken, Mann. So kennt man dich ja gar nicht. Klar, ich bin voll in the game. Monate haben wir miteinander gefickt. Ah, ja. Mit anscheißen? Okay. Klar, warum nicht? Hat das nicht gestunken? Klar, weil das scheiße war. Und was hat Leon dazu gesagt? Ja, scheiß drauf, kein Problem. Okay, okay. Aha, okay, und wie findest du meine neuen limitierten Dragon Ball Wackelkarten? Du hast einfach das Limit übertroffen. Ah, dankeschön. Die gibt's übrigens zu jedem bestellten Merchartikel. Mimi immer wieder komplett die Ehre von dem Jungen genommen.